Hier sehen wir eine Missfortuna in ihrem natürlichen Lebensraum. Toy versteckt sich in Rot, hat einen billig Schaden aus Metall und hofft, dass ihr Killer sie nicht findet. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dead by Daylight. Immer noch mit Zocker Andi. Und Missfortuna L.B. Hallo und wir spielen in deiner Lobby immer noch mit Walle Walle. Und dem Typ mit einem aufregend roten Basecap, der hoffentlich zuerst stirbt. Der fällt auch fast gar nicht auf. Nein, der hat doch das rote Pizza T-Shirt vergessen. Und ich hoffe, wir haben nicht schwer die Kettensäge. Also mir ist es eigentlich egal, welchen Killer wir kriegen, wir machen alle fertig. Nee, also ganz ehrlich, ich muss sagen, nee, aber bei Killern, also ich habe jetzt keinen Killer, bei dem ich denke, oh, vor dem habe ich voll Angst oder so. Weil, es kommt ja immer auf den... Die Krankenschwester, vor der habe ich Angst. Aber die, ja, die ist aber schwer. Ja gut, wenn du die kannst, ist die echt harte. Ich habe bei ihr halt irgendwie das Gefühl, sie ist überall. Naja, die Sache ist die, wenn du halt wegrennst, der kann sich ziemlich schnell durch alles durchporten und ist bei dir. Aber das ist aber schwierig. Bis man das kann, ist das... Da musst du schon so ein bisschen Talente haben. Ich habe letztens einen gesehen, der konnte sich um die Ecke porten. Der war richtig übel. Hä, Assarovs Ruhestätte? Achso, ach, Schrottball. Ey, du bist wieder neben mir, du Kampflespe. Jetzt haust dir eins auf die Fresse. Zusammen mit den Pizzabroten. Der Geist. Der Geist. Äh, ich hasse den Geist. Einfach, ich finde irgendwie, der Geist ist... Also der Geist ist auf jeden Fall... Am Anfang war der Geist übelst furchteinflößend. Ja. Aber das Problem beim Geist ist halt, der ist nicht gut als Killer, weil du bist zwar unsichtbar und so, aber der Geist, ähm, bis du dich dann wieder sichtbar gemacht hast, das dauert ewig. Ich herkrize. Und dann kann ich erst was machen. Äh... Ich wäre der Erste, der aber spurt. Ey, ich kriege einen Anfall. Ich laufe hier mit Rotmütze durch die Walachei. Der soll aufhören zu rennen. Der verteilt doch hier Spuren, Mann. Ist der bescheuert? Komm hier, du Penner. Wir machen jetzt hier den Generator, ey. Ich bin... Ich hänge schon wieder. Alter, Andi. Was ist los mit dir? Nee, das ist doch nicht mehr. Warum habe ich denn immer so ein Pech? Ey, sag mal, ist das... Ah... Ja, oh. Und ich wiggle und wiggle und das bringt nichts. Ich hänge. Ja, ist der schon. Versuch dich nicht zu befreien. Ich komme mal in deine Richtung. Er ist... Er ist... Er... Er kämpft. So richtig hardcore campen oder rennt er ein bisschen weg? Er rennt hin und her. Und wird gerade von dem anderen gehauen. Er ist abgelenkt. Er kommt wieder zurück. Nee, ich werde... Also... Er ist abgelenkt. Der Geist ist abgelenkt. Wenn du jetzt schnell bist und rennst, könntest du mich retten. Da kommt. Lass uns mal hier hinten in der Ecke treffen. In welcher? Ah, da hinten kommt er schon wieder. Ich habe ihn gerade gesehen, wer sich unsichtbar gemacht hat. Ah, darauf musst du mal achten beim Geist. Der... Wenn der unsichtbar ist, den hörst du trotzdem, weil der macht dieses... Der atmet so laut. Hat der dich schon wieder? Ah, ich sehe schon. Scheiße. Und ich liege direkt neben dem Haken. Das heißt, ich bin schon wieder tot. Läuft bei dir. Ich hasse dieses Spiel langsam. Es ist der Dank, dass man zwei Stunden lang wartet. Bist du jetzt direkt tot? Nein, ich kämpfe. Okay. Und er macht die Dinger kaputt. Der hat sich unsichtbar gemacht, ne? Pizzaboot ist das Gott. In Ernst, hättest du mir gerade voll helfen können. What the fuck? Dankeschön. Danke, dass du mich angefangen hast runterzuhilmen und dann einfach auflörst. Der hat den gehauen. Hast du das nicht gesehen? Ich habe da auch gerade drum mitgehangen. Der hat mich gerade weggeblockt. Weil er schon dran war an dir. Ich hasse dieses Spiel. Scheiße, Mann. Ich bin immer der Erste, der erwischt wird. Weil wir sind so schlecht, ne? Wir haben noch nicht mal einen Generator hingekriegt. Also doch einen haben wir. Ich habe immer mal auf einem Generator. Dieser komische Pizzaboot rennt und Walle, Walle liegt. Das ist sehr traurig. Läuft bei uns, würde ich sagen. Der Pizzaboot, er liegt auch. Scheiße. Oh, wollt ihr mich verarschen? Okay. Aber er, wenn, wenn Walle Glück hat. Oh, Walle, oh Gott. Er lässt einfach alle liegen, ist das fies. Okay. Geh nicht. Kannst du mal den, der noch kriecht, spectaten, bitte? Die kriechen beide. Nee, der eine wird gerade getragen. Den sehe ich nämlich nicht mehr. Der entfernt sich gerade. Der formuliert schnell bis... Mann, der soll... Nee, nee, der soll sich mal... Der soll sich mal selber recover... Oh, shit. Okay. Ah, der soll sich nicht befreien! Mann, ist der dumm! Wer ist denn das da am Haar der Dark Legend? Oh, Mann! Ist der Killer bei dem Dark Legend? Ich guck mal, bitte. Ja. Äh, sehe ich nicht. Der hat sich gerade schon wieder unsichtbar gemacht. Ach, ist doch boh. Er ist bei Walle. Bei Walle oder bei dem... Bei Walle. Der andere heißt Pizzabote. Ja, sicher. Okay, ich rette den Pizzaboten mal. Komm mit, Pizzabote. Folgt der mir. Der soll mir folgen. Der rennt woanders hin. Boah, ist der dumm. Ich kann ja auch nicht auf alle drei geistertig achten. Ey, Walle hat sich frei bewegt. Find ich gut. Wir müssen Generatoren machen, da bleibt uns nichts anderes übrig. Boah, ist der Scheiße. Aber Walle ist ein guter Überlebender. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, das ich es zurückgenommen habe. Oh, Scheiße. Warum rennst du denn die ganze Zeit? Ich? Nee, ich meine... Nein, noch gar nicht. Ich beobachte gerade ihn. Was machst du? Ach, du guckst da so rum. Du hast Ruhe. Ich habe gerade einen Generator gemacht und ich... ...hab verkackt. Und deswegen gucke ich jetzt, ob der zu mir kommt oder nicht. Ich habe gerade irgendwie eine Ruhe. Ja, weil er sich unsichtbar gemacht hat. Alle drei Generatoren. Ach, wie geil. Oh, der ist schon wieder bei Walle. Die anderen beiden sind alle beide angeschlagen. Das wäre jetzt scheiße, wenn die den Neen treffen. Wenn er die trifft. Wer von beiden... Der Dark Legend hat schon am Haken gehangen. Walle auch. Walle ist... Scheiße. Okay, kriegen wir trotzdem mehr. Das ist nicht schlimm. Wo liegt denn der? Ähm... Trickt der ihn gerade? Trickt der ihn? Okay, gut. Und weil er hängt. Ja, ist es. Oh, die Schreie sind immer so krass. Einfach kehr über die ganze Karte. Hast du den Generator fertig gekriegt? Ja. Kämpft der bei Walle? Ich habe keinen Herzschlag. Hat er sich unsichtbar gemacht? Das weiß ich nicht. Ich gucke immer unterschiedlich. Ich gucke immer je nachdem. Ne, guck mal bitte auf Walle und sag nur mal, ob der sich unsichtbar gemacht hat und vor ihm steht. Er steht... Er kommt gerade auf dich zu, der Unsichtbare. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Aber der sieht mich nicht. Der steht hier vorne. Der sieht... Der steht genau hier. Alter, Falter. Alter, Falter, Falter, ne? Jetzt gucke ich dich wieder an. Wir gucken einfach mal, was die so... Die Überlebenden so machen. Während ich im Limbus gefangen bin. Im Entitus. Im Entitus. Ach, guck mal, hier ist der Haken manipuliert. Siehst du das? Ja. Da. Ich bin gerade in einem Schrank. Der findet mich nie. Hier sind wir eine Missvertrung in ihrem natürlichen Lebens... In ihrem natürlichen Lebensraum. Dem Schrank. Toy versteckt sich in einem rot gefärbten Billigschrank aus Metall. Und hofft, dass ihr Killer sie nicht findet. Der hat sich, glaube ich, schon wieder unsichtbar gemacht. Ich gucke mal bei den anderen so... Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich gerade was gehört. Hier ist irgendwo einer meiner Mitstreiter. Weil er blutet vor sich hin? Wo ist denn der? Äh. So zwischen Schrottteilen. Bei so einem alten Auto. Bei so einem alten Jobplatz, Mann. Er versucht, einen Generator zu machen. Oh, warte. Ich mache den hier mal. Ich habe... Komm, komm, hilf... Alter, wie dumm bist du, Junge? Boah, ist der dumm. Der ist einfach zu dumm. Weil er wird schon wieder verfolgt. Ach so? Okay, dann helfe ich dem anderen Kerl hier mal. Ich wollte den heilen erst mal. Nein, was machst du? Lass mich doch erst mal heilen dich, Mensch. Lass mich doch... Du bist einfach dumm hier. Lass mich doch erst mal... Hör auf weg zu rennen. Und Wallen hängt im Keller und wird wahrscheinlich jetzt auch sterben. Boah, ist der bescheuert. Wie suche ich eben die Truhe, du nichtsnütziger Penner? Ja, ich sehe schon. Weiße. Das habe ich jetzt... Oh, ich habe eine Karte gekriegt. Wow. Mein ganzes Leben hat einen Sinn. Wally, Wally, ich gucke mal, was Missbrauchschwunder macht. Warum ist der doof? Also der andere da. Ah ja. Ich wollte den jetzt fünfmal heilen. Der ist immer wieder weggegangen. Ist er ja selber schuld. Ich glaube, Wally stirbt. Probiert der Dark Legend, den zu retten, den Wallen? Nein. Ach man. Ich habe lieber einen Generator. Nee, das schaffe ich auch nicht mehr. Es tut mir leid, Wallen. Alter. Wollt ihr mich veräppeln? Oh nein. Der Klitschentankt. Also gleich. Hast du den Generator gemacht? Ja, natürlich. Sehr gut. Soll ich schon mal die Klappe suchen? Der stirbt doch jetzt gleich. Er hängt auf jeden Fall. Also ich muss gucken, wo er hängt. Nee, der hängt im Keller. Ich sehe das schon. Der ist tot. Der ist sofort tot. Der ist instant tot. Wo ist die... Oh, da ist der Geist. Da ist der Geist. Scheiße, scheiße, scheiße. Der hat dich gesehen. Und der sieht mich. Tschüss. Du bist einfach weggeschoben, was? Ach, wie der daneben gehauen hat. Wo ist die Klappe? Ich baue, ich baue... Ich baue... Oh, scheiße. Ich baue... Ich baue... Ich baue... Ich baue... Die Klappe. Die Klappe war irgendwo da. Scheiße, du musst immer zurück. Wo? Hast du gesehen? Ja, nee. Hat Dings geschrieben. Wale hat es mir gerade geschrieben. Irgendwo ist die Klappe... Bestimmt in diesem Durchgang oder so. Oder neben dem Gebäude wahrscheinlich. Scheiße, wo denn? Siehst du was? Ist dir gar nichts? Auf dem Felsen. Auf dem Felsen, auf welchen... Scheiße. Hier! Nein! Nein! Wenn du zurückkramst, dann schaffst du es. Ich weiß. Schau, scheiße. Nein! Alter, ist das unfair. Oh, scheiße. Scheiße. Ach, schade. Egal. Mann! Irgendwann sind wir so gut, dass alle Angst vor uns haben werden. Fuck it. Mann! Scheiße. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Fuck. Fuck, Mann. Boah, das war so knapp, ne? Das war einfach mal so scheiße knapp. Scheiße. Scheiße, Mann! Ah, Mann! Mist. Mist. Das war cool. War eine coole Runde, auf jeden Fall. So, dann sehen wir uns beim nächsten Schnitt wieder, was? Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.